Ich habe eine neue Heilpraktikerin seit heute und ich war heute Morgen bei ihr und war ein bisschen im Gespräch, wer sind sie, was wollen sie und so weiter und so fort. Und da habe ich eben, über welche Baustelle ich da rede, das verrate ich jetzt hier nicht. Ich habe das in so einem Nebensatz gesagt, ich bin für kurze Momente, bin ich häufig sehr, 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 sehr zuverlässig und sehr konsequent. Ich habe zum Beispiel in den letzten zwei Jahren dreimal 16 Kilo abgenommen und ich habe sie auch dreimal wieder zugenommen. Und dann guckte sie mich an und sagte, boah, ist das anstrengend. Da habe ich gesagt, ja, das ist anstrengend und das ist überhaupt nicht leicht. Und ich merke auch jetzt, wenn jetzt wieder so ein paar Vorträge anstehen und ich wieder auf der Bühne stehe, dass ich merke, wie so ein Schamgefühl hochkommen möchte. So ein Gefühl von, oh mein Gott, Isabel, du hast zugenommen. Dabei hattest du doch so schön abgenommen. Wieso hast du wieder zugenommen? Man sieht den Bauch unter dem Kleid. Das kannst du auch nicht mehr verstecken. Du kannst auch nicht eineinhalb Stunden den Bauch einziehen. Dann geht ja gutes Reden nicht mehr so. Ja, also das ist schon ein besonderes Thema, oder? Dieses Schämen, sich für sich schämen, für den Körper schämen oder für alles. Wir können uns ja über alles Mögliche schämen. Haben Sie sich heute schon geschämt? Ich hoffe nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, weil das so ein Gefühl ist, das ja so um sich greift. Und fast jeder schämt sich mal, dass vielleicht die Hose nicht passt, der Körper nicht so ist, wie er bei anderen ist oder der Job nicht so gut gelaufen ist. Und da es unsere Kommunikation und somit auch unser Leben verschlechtert, wenn wir uns zu sehr schämen, habe ich in einem offenen Seminar, das heißt Konflikte vereinfachen, habe ich unter anderem auch Anja Balzer da gehabt, die dann darüber gesprochen hat, ja, was macht uns denn sprachlos in manchen Situationen? Also sie ist eine Schlagfertigkeitstrainerin. Und sie hat gesagt, ja, unter anderem eben, dass wir uns schämen für uns, für unser Sein, für unseren Körper, für alles Mögliche. Und ich weiß noch, dass die Teilnehmer recht erstaunt geschaut haben und sagen, hä, was hat denn das mit Kommunikation zu tun? Genau das, weil es uns sprachlos macht. Es macht uns sprachlos, wenn wir uns schämen für etwas, wenn wir uns nicht wohlfühlen in unserer Haut, wenn wir diese Leichtigkeit in unserem Körper nicht hinkriegen, wenn wir nicht in uns ruhen. Und klar, könnte ich natürlich jetzt mal wieder versuchen, 16 Kilo abzunehmen. Ja, kann auch sein, dass ich es tun werde, keine Ahnung. Und gleichzeitig ist der erste wichtige Schritt, bevor ich irgendwie versuche, allgemeinmaßen, wie Frau heutzutage da draußen auszusehen hat, dass ich dem aktuell nicht entspreche. Und das ist okay. Und dass ich diese Scham daraus nehme, sondern einfach sage, okay, ja, ich bin jetzt halt sehr füllig und bin dann halt auf der Bühne, wenn ich einen Vortrag halte, eine sehr füllige Rednerin. Muss ich mich deswegen schämen? Nee, eigentlich nicht. Ich bin ja immer noch eine gute Kommunikationstrainerin. Ob ich jetzt schlank bin oder eine fülligere Figur habe, ich glaube, die wenigsten interessiert wirklich meine Figur, wenn ich auf der Bühne stehe, sondern eher der Inhalt, den ich vermittle. Übrigens habe ich ganz vergessen zu sagen, Sie sind im Gutreden-Könch-Jeder-Podcast und ich bin Isabel Garcia. Warum spreche ich jetzt hier so lange von der Scham? Ich finde, dass sich Schämen, nicht mit sich im Reinen sein, einfach sich unfassbar stark auch auf die Kommunikation auswirkt und sehr stark auch auf das Konfliktpotenzial auswirkt. Denn wenn ich schon mit mir einen Konflikt habe, lebe ich ihn häufig auch nach außen aus. Ja, dass ich also dann denke, ach Gott, ich will die Scham nicht spüren, also beschimpfe ich mal andere oder suche den Konflikt woanders, um mich eben von der Scham abzulenken. Und wenn ich nicht in der Leichtigkeit bin, sehe ich auch viel mehr Konfliktpotenzial. Und daher hilft es in der Kommunikation unfassbar, wenn wir in uns ruhen, wenn wir uns weniger schämen, wenn wir Dinge, wo wir anders sind, eher akzeptieren, ist leicht gesagt. Das ist ja, akzeptieren Sie doch einfach mal, wie Sie sind. Ich weiß, ist nicht so leicht und deswegen möchte ich Ihnen jetzt hier und heute ein kostenloses Festival ans Herz legen. Und zwar das Körpermut-Festival. Das ist von Tanja Peters. Und Tanja Peters hat auch gerade ein Buch geschrieben, Schließ Frieden mit deinem Körper. Insofern, ja, da geht es halt sehr um Körpermut, dass sie zum Beispiel sagt, mehr Körpermut und ein Leben aus vollem Herzen und mehr Selbstliebe statt Selbstoptimierung. Also Sie können sich natürlich das ganze Festival auch anhören und anschauen, wenn Sie jetzt sagen, ja, ich schäme mich vielleicht auch für andere Dinge und das birgt eben Konfliktpotenzial. Es muss jetzt nicht um den Körper gehen. Es geht da halt hauptsächlich darum, dass sich jemand anders fühlt. Und vielleicht ist es dicker, vielleicht lauter, vielleicht introvertierter, vielleicht extrovertierter, was auch immer. Wenn Sie also das Gefühl haben, ich ruhe nicht in mir und ich merke, dass ich mich immer mal wieder beschämt fühle und mich selbst fertig mache und nicht in mir ruhe. Vielleicht ist das ja etwas, was Ihnen ganz viel Leichtigkeit geben kann. Denn dieses Festival geht vom, ja, es geht heute schon los, vom 11. bis zum 18. Mai. Es ist online, Sie können also sich von überall her zuschalten und ich werde das unten verlinken. Ansonsten geben Sie einfach Körpermut Festival ein. Das ist also www.körpermut-festival.de. Und dann landen Sie dort und Tanja Peters hat mit ganz vielen Expertinnen gesprochen, ich glaube 22 oder sowas. Und es werden jeden Tag, werden zwei oder drei Interviews online gestellt. Sie gibt auch Übungen rein, einfach, dass wir mehr in die Selbstliebe kommen und mehr in uns ruhen. Und es kostet sie keinen einzigen Euro und Tanja Peters ist einfach großartig. Ich habe sie auch schon hier in meinem Podcast gehabt und ich liebe es jedes Mal, mich mit ihr auszutauschen, weil sie so viel Energie ausstrahlt, so positiv ist und so humorvoll mit auch ihrem vielleicht andersartigen Körper umgeht. Also sie hadert manchmal damit, dass sie gern weniger wiegen wollen würde, als sie es tut und trotzdem schafft sie es, auf der Bühne zu stehen. Sie geht raus, sie ist aktiv, sie arbeitet daran, immer mehr in sich zu ruhen und diesen Körpermut auszuleben. Ich finde einfach diesen Titel Körpermut so großartig und ich finde es Hammer, dass sie daraus ein ganzes Festival gemacht hat. Also ich verlinke das hier in den Shownotes und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich da anmelden und mir hinterher vielleicht auch eine Rückmeldung geben an podcast-at-ich-rede.de, wie Ihnen das Festival gefallen hat und ob Sie etwas rausziehen konnten. Und falls Sie ein Thema haben, wo Sie sagen, Mensch, Garcia, sprich doch mal darüber, dann auch immer her damit an podcast-at-ich-rede.de. So, und jetzt wünsche ich mir und Ihnen, dass wir uns jetzt angucken, innerlich, äußerlich akzeptieren und in die Leichtigkeit gehen. Ja, ich weiß, es ist nicht so leicht. Deswegen, also ich werde natürlich auch mitmachen bei diesem Körpermut-Festival. Da werde ich bestimmt noch ganz, ganz viele Tipps rausziehen können. Ich bin auch heute mit einem Interview dabei, aber das brauche ich mir nicht angucken, da weiß ich ja, was ich gesagt habe. Aber ich werde mir die vielen anderen Interviews anschauen und eben ganz viele Tipps von Tanja Peters rausziehen. Ich hoffe, Sie mögen diesen Tipp. Ich hoffe, Sie verlieben sich in Tanja Peters und in dieses Festival und ziehen da ganz viel raus. Damit Sie, wenn Sie sich weniger schämen, sich weniger beschämt fühlen, dadurch weniger sprachlos sind und dadurch auch die Kommunikation besser funktioniert. Ich wünsche Ihnen ein ganz, ganz tolles Festival. Und falls Sie keine Lust haben, das zu machen, dann wünsche ich Ihnen einfach so einen wunderschönen Tag. Alles Gute! Gut reden kann jeder! Gut reden kann jeder! Gut reden kann jeder! Ja, ja, ja!